Gute Nacht. Ich habe doch gesagt, ich mache ein Gute Nacht Video und da ist es. Ich wollte einfach Gute Nacht sagen. Es ist jetzt ein bisschen spät, dass ich das mache, aber ich, das kommt auf jeden Fall. Gute Nacht. Ich schlafe gut und bis morgen. Morgen kommt wieder ein Video, wo ich von Rogi spazieren gehe. Ja, heute ist nicht gekommen, weil ich in der Stadt spazieren gegangen bin mit ihm, werde ich noch mit ihm bleiben müssen, wenn man Menschen kommen, dass ich nicht hüpfen soll und mit ihm ziehen soll, aber es kommt auf jeden Fall morgen ein Rogi spazieren geht mit dir und da sagen wir Tschüss und und Gute Nacht.